So, und wir haben hier eine... Was ist denn das hier? Na toll! Nur wegen das habe ich das jetzt gemacht, oder wie? Für irgendwie eine Raffinerie oder eine Kurbel oder keine Ahnung und... Oh, ich dachte, ich stecke fest hier. Na toll. Hat sich nicht sehr gelohnt. Auf jeden Fall haben wir hier eine Tür. Ich weiß nicht, wer zum Spaß hier so für Holz ran gesetzt hat, aber anscheinend hat hier mal jemand gewohnt. Kann das hier kommen rausschmeißen, damit die Kiste weg ist. Damit was Neues spawnen kann. Schade, hat sich nicht sehr gelohnt. Ist aber das erste Mal, dass ich so einen Ort mal besuche. Oh, was ist denn das? Ah, schade. Ich dachte, man kann hier runter. Das wäre so geil, wenn man hier noch unterirdisch rumlaufen könnte. Und bald schießt jemand und ich bin tot. Da ist das schöne Zeug umsonst gesammelt. Das ist auch eine offene Tür. Ich glaube, hier war auch jemand schon. Bloß vorsichtig. Wir haben nur den Speer. Wir wissen nicht, was uns hier erwartet. Alter. Okay, das ist radioaktiv hier. Was ist denn das? Kann man das betätigen? Das ist schon abgefahren hier. Das ist schon etwas abgefahren. Aber das erinnert mich wirklich an die alten Häuser aus der Rust Legacy Version. Da gab es ja auch solche... Oh, wir haben ein bisschen Lebenspunkte verloren sogar. So radioaktiv war das. Da gab es ja auch solche Orte. Und das war so extrem. Warte mal, wie viel... Oh, wir haben... Wir haben schon viel zu viel Holz. Ich glaube, mehr können wir auch gar nicht mehr tragen. Gut, Holz lassen wir erst mal. Jetzt muss ich nur wieder zurückfinden. Verdammt, ich sehe die Kuppel nicht mehr. Wir müssen die Kuppel finden. Dann wissen wir, wo wir sind. Ja, hier. So sind wir hingegangen. Wir kommen hier auf jeden Fall wieder zurück. Ich will mir nämlich mal den Turm da hinten noch angucken. Aber wenn das radioaktiv ist, dann brauchen wir definitiv einen Schutzanzug. Oder Pillen. Weil, guckt euch mal anders an. Wie viel Leben wir verloren haben. Nur wegen das bisschen. Dass wir nur ein bisschen in der Nähe waren. Wir haben zwar eine Knochenrüstung, aber die schützt uns nicht vor Radioaktivität. Da brauchen wir schon so einen richtigen Strahlenanzug. Den kann man ja auch finden. Komplett diesmal. Nicht so einzeln, wie er früher war. So, wir sind in diese Richtung immer gerannt. Oder kamen aus dieser Richtung. Hier war auch irgendwo ein Stein. Hier bin ich ja hochgekraxelt. Da, da ist der Stein. Den nehmen wir mit. Noch ein bisschen Material. Außerdem brauchen wir sowieso Holz fürs Ofen. Das müssen wir auch immer wieder anfeuern und bereithalten. Damit wir mehr Metall kriegen. Weil jedes Metallerd, das wir kriegen, ist was wert. Können wir das einsammeln? Ja, können wir einsammeln. So, schöner Stein weg. Nein, ich kann mir den Speer wegschmeißen. Der ist rucki zu viel kaputt. Wir müssen uns echt mal auf eins versteifen. Wenn wir Tiere sehen, müssen wir sie ignorieren. Aber ich bringe sie immer wieder um, weil ich mir denke, oh, du kannst das Essen gebrauchen. Dabei haben wir mittlerweile genug Essen, genug Fett, genug Stoff, genug Leder. Handfier brauchen wir auch nicht. Wobei, ein bisschen Stoff ist auch nicht schlecht. So. Hier war der zweite Stein. Falls es der war, ich weiß es gar nicht. Das war aber jetzt schon ein toller Stein. Das muss ich sagen. Nein. Kein Platz mehr. Was schmeißen wir weg? Ach, schmeißen wir das Ding weg. Wie gesagt, wir bleiben. Wir wissen noch nicht mal, ob wir das wirklich jetzt schon mit Pistolen brauchen. Wir nehmen erst mal einen Bogen. Wir müssen erst mal mit einem Bogen irgendwo ab. Oh, was treffen. Das wird sowieso eine Weile dauern. Da brauchen wir auch noch Munition. Das müssen wir auch noch erstellen. Das müssen wir alles vorbereiten. Wenn wir hier richtig, ja, wuseln. Wo ist der jetzt hin? Hier. Hey, hä? Hier war doch gerade ein Sack rum. Da. Metallerz. Können wir auch nicht mehr zu machen. Na gut, wir haben genug zu Hause. Reicht erst mal. So, aber Stein können wir mal mitnehmen. Schwefelerz. Steine. So, jetzt sind wir wieder in der Wüste. Da ist die Kuppel. Das heißt, hier irgendwo ist unser Häuseli. So, jetzt haben wir auch einen Stoff mit. Die Kerne können wir nicht mitnehmen. Oder sagen wir die Samen, keine Kerne. Da hinten sind die Maste. Da ist also Elektrizität. So, hochwertiges Metallerz. Das ist immer gut. Das sehe ich gerne. Dann frischen wir gleich mal die Öfen auf mit Holz. Und dann können wir anfangen, das Haus weiterzubauen. Ich baue erst mal die Struktur erst mal zu Ende. So, wie ich es haben möchte. Und dann, ja, dann würde ich sagen, geht es eigentlich ins... Och, hier sind so viele Steine. Wir werden hier nie fertig. Wie viel kann man denn noch tragen? Hier haben wir 400. Okay, da können wir noch was drauflegen. Wir können aber kein Metallerz mehr mitnehmen. Das ist einfach voll. Natürlich ist das hier auch noch so eine Metallerzader. Ach, das ist ein bisschen ärgerlich. Na, egal. Das kriegen wir... Oh, wir sind voll. Wir sind definitiv voll. Ach, Mann. Ach, schmeiß den Speer weg, so. Ist mir zu schade, das arme Stein... Den Stein will ich gerne mitnehmen. Scheiß auf den Metallerz. Das ist jetzt nicht so wild. So, das Holz nehme ich jetzt hier noch mit, soweit es möglich ist. So. Aber hier sind wir auf definitiv verlorenen Posten. Mehr geht da nicht. Da hinten ist... Was ist das? Ist das ein Reh? Ich glaube, das ist ein Reh. Das ist ziemlich langsam. Oh, Holzhammer sind wir auch voll. Steine sind wir auch voll. Was ist das? Ne, das ist... Das ist... Ne, doch, das ist ein Reh. Oder ein Hirsch. Ja, stimmt. Das Geweih, das ist noch nicht da. Manchmal... Ich weiß nicht, ob es an meiner Engine liegt oder ob das allgemein an der Engine vom Spiel liegt. Manchmal sieht man das Geweih nicht. Das spawnt immer ein bisschen später als der Körper, der schon da ist. Das ist ein Schwein. Also, ich muss aufhören, Tiere zu töten. Definitiv. Denn das macht man im Endetar am meisten voll. Weil du hast da Knochenfragmente drin. Du hast da... Oh, hier ist auch noch Zeug. Es ist schlimm. Also hier in der Umgebung ist echt viel. Zu viel für meinen Geschmack. Da hinten ist auch wieder ein Schwein oder sowas. So, wo ist denn jetzt mein Zuhause? Da ist die Kuppel. Also hier irgendwo muss es doch sein. Da sind auch noch Fässer. Gut, da können wir noch mal reingucken. Vielleicht ist ja da noch was drin, was wir mitnehmen können. Wovon Berndt ist nicht zu Hause? Was haben wir denn da? Hallo? Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht mal sehen. Ah, jetzt hier. Plane. Sehr gut. Das heißt, wir haben zwei Planen. Damit können wir... Und noch eine Plane. Sehr schön. Komm noch eine, bitte. Holz. Na toll. Damit können wir den Wasserspender bauen. Das heißt, wir kommen an Wasser ran. Metallklinge. Können wir immer gebrauchen. Falls wir doch mal ein neues Schwert bauen wollen. So, das ist das neue Netset. Und das können wir nicht mitnehmen. Zahnräder. Scheiße. Und Zahnräder sind so selten. Schmeiß mal den weg. Schmeiß mal das Fleisch weg. Zahnräder. Viel, viel selten. Ich finde wirklich kaum Zahnräder. Ach so, hier können wir ja nicht mitnehmen. Wir brauchen einfach ein größeres Inventar. Das ist so ärgerlich, jedes Mal hin und her zu rennen. Ich komme mir vor wie so ein... Weiß nicht. Jetzt würde ich in eine Kaufhalle gehen und einfach alles mitnehmen und angrabschen. Und dann weiß ich, dass ich hätte einen Korb mitnehmen sollen. Habe aber keinen Korb mitgenommen. Also ich bin ja... Jetzt muss ich zugeben. Ich bin jemand, wenn jemand einkauft. Ich nehme nie einen Korb. Ich gehe immer mit dem, was ich so in die Arme reinkriegen kann. Weil ich kaufe ja nur für mich ein. Und ab und zu mal so Zusatzsachen. Aber das geht immer ganz gut. Ich kann auch sehr viel im Arm tragen. Selbst wenn ich dann an der Kasse stehen muss und warte. Während da die Oma vor mir, die rotzfrech noch vor mir herangekommen ist. Erstmal ganz gemütlich ihren Band vorlegt. Und ich warten muss, bis sie ihren Wochenendeinkauf. Am Montag erst mal eingesackt hat. Und bis ich dann drankomme, ist mein Arm schon eingeschlafen. Was haben wir hier noch drin? Seil. Das kann ich auch noch mitnehmen. Jetzt sind... Warte mal, wo sind wir denn hier? Hier hinten muss es doch irgendwo sein. Jedenfalls, ich gehe, wie soll ich da auch immer, einkaufen, nimm das mit, was ich brauche und trage es auf den Arm. Und es ist öfter schon mal passiert, dass ich dann doch mich überschätzt habe. Und da war es doch so viel gewesen. Da hätte ich doch lieber einen Kopf mitnehmen sollen. Aber ich bin meistens so, ich versuche es immer ohne. Ich weiß ja nicht, wie das bei anderen ist. Ich bin da, wie gesagt, ich bin da einfach gern... Ach, hier ist auch noch ernst. Das kann doch nicht wahr sein. Wir finden hier viel zu viel. Wenn ich mich erinnere, wie wir im ersten Rust rumgesucht haben... Das ist doch... Guck mal, das ist doch ein Hohn. Wo ist mein Zuhause? Sind wir schon zu weit gelaufen? Ich darf jetzt nur nicht sterben, das wäre so ärgerlich. Hier ist doch die Kuppel. Aber wo ist das Haus? Hier waren wir schon. Auf welcher Seite waren wir? Waren wir hinter dem Berg? Warten wir mal, wir hatten noch Bäume hinter uns. Wir müssen hinter dem Berg sein, ja. Wir sind aber eigentlich einmal durch. Oder dran vorbei. Ja, wir kommen wieder, Leute. Wir kommen wieder, wir holen uns das restlich auch noch. Wir müssen das Inventar richtig leer kriegen. Wir bauen jetzt erstmal. Wenn wir irgendwann zu Hause angekommen sind. Das wird echt eine lange Reimreise gerade. Dass wir so weit gelaufen sind, hätte ich nicht gedacht. Da ist nämlich der große Berg. Essen sieht noch ganz gut aus bei uns. Und wir rennen die ganze Zeit. Deswegen verbrauchen wir auch so viel Nahrung. Aber so richtig Hungerprobleme hatten wir noch nie, oder? Ich glaube nicht. Was haben wir hier? Metallkling. Das können wir auch mitnehmen. Wenn wir so lange nämlich sowas hier finden immer, ist es alles kein Problem. So. So, nächstes Set. Okay. Ich glaube, hier müsste es sein. Hier ist... Da ist es. Doch nicht so weit weg. Und es ist noch nicht Nacht. Also alles gut. Bernd ist auch nicht da. Wo ist dieser Bär hin? Na, das müssen wir noch hier verarbeiten. Da ist immer noch viel zu viel Holz. Oh, das ist vom Zorvo so eingestellt. Das Holz langsam, schneller verfällt. Als alles andere. Das wäre schlecht. Weil dann müsste ich jedes Mal hier die Sachen haben. Aber hier sind sie nicht beschädigt. Das war nur die eine Planke. Da hat sich vielleicht doch jemand wirklich versucht, von unten herab anzubauen. Oh, hier müssen wir komplettes Holz investieren. Da können wir auch nicht mehr viel bauen. So, dann packen wir erstmal das Zeug wieder rein. Und das, was wir restlich übrig haben, das müssen wir dann gleich mal verbauen dann. Ach, Steine haben wir auch sehr viel. So, Metallrohr. Davon haben wir sehr viel. Das müssen wir noch in den Ofen schmeißen. Wie sieht es aus? Essen ist viel zu viel. Ich glaube, da müssen wir wirklich mal einen Riegel vorschieben. Mehr darf ich gar nicht essen. Also, mehr darf ich auch nicht bekommen. Ich bin auf strenger Diät. Hier haben wir den Stoff. Leder. Das Seil. Propangasflaschen können wir hier reinschmeißen. So. Aber trotzdem, Holz haben wir trotzdem sehr viel. Ich würde sagen, wir nutzen erstmal das Stein. Und bauen jetzt erstmal soweit, was wir brauchen. Die Planen haben wir ja jetzt. So. Was bauen wir denn da? Fragmente noch. Na, die haben wir auch da. Fragmente haben wir auch da. So, dann bauen wir mal das große Ding auf. Zack. Oh, das kostet zwei Minuten. Zwei Minuten meines Lebens. Welch tragisches Aspekt. Sehr schön. So, jetzt wird hier schön hergestellt. So, hier können wir die auch noch auffüllen soweit. Hier können wir noch auffüllen soweit. Okay, der macht jetzt in Ruhe. Wie sieht's hier aus? Okay. Der stellt jetzt her. Hochwertiges Metall, brauchen wir, glaube ich, für die richtig geilen Sachen. Das hatten wir ja auch schon im alten Rust. Ja, da gab's ja auch das normale Metall-Erz. Also Metall-Splitter. Und dann gab's ja das Metall, das hochwertige. Und damit konnte man halt die richtig geilen Sachen erstellen. Gerade, wenn wir angefangen haben, hier Metallzeug zu bauen. Hier gibt's ja auch Metallplatten. Aber es gibt auch noch gepanzert. Und gepanzert ist das Höchste, was es gibt. Aber ich weiß nicht, ob wir irgendwann auch gepanzert umsteigen. Ich finde, das hat zur Wüste passt am besten so, wie es jetzt ist. So, die eine Plane können wir wieder reinschmeißen. Das nehme ich wieder raus. Haben wir noch? Achso, Cola haben wir auch noch. So. Der braucht noch ein bisschen. Dann können wir jetzt hier noch das Schießpulver herstellen. Okay, das sieht gut aus. So. Dann können wir den Rest wieder einlagern. Wir haben einfach zu viel Metall-Erz. Also das wird Ewigkeiten dauern, bis wir das alles fertig haben. So. Knochenfragmente. Haben wir auch genug. Wirklich genug. Also Tiere brauchen wir jetzt definitiv nicht mehr töten. So. Okay. Und die große Wasser-Sammler ist fertig. Schießpulver wird gerade hergestellt. Gehe ich jetzt mal raus. Ich hätte mir nämlich gedacht, hier so oben, dass wir da oben den Platz hinbauen, weil das so etwas höher gelegen ist. Weil ich will es nicht unbedingt am Haus haben. Das nimmt bestimmt sehr viel Platz ein, das Riesending. So. Ach so groß ist es. So. Okay. Ja, das Ding hat... Oh. Da war gerade ein leichter Aussetzer. Wie soll ich jetzt Metallklingeln noch im Inventar? Das muss ich glaube ich auch noch wegschmeißen. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Dann mache ich das hier auf den Hügel. Das ist echt eine krasse Aussicht von hier. So. Und dann haben wir hier mal einen Platz, wo wir unseren Wasservorrat bekommen. Falls das überhaupt geht hier. Da brauchen wir einen ebenen... Wir brauchen glaube ich einen ebenen Boden, oder? Warte mal, hier war es. Warte mal, das ist lächerlich. Das ist doch nicht eben. Hier so wäre das nicht cool. Hier so wäre das nicht schlecht. Mann, wo bauen wir das Ding hin? Oder hier in die Oase. Warum ist hier in die Oase, wo es grün ist? Weil es muss ja hier schon irgendwie Wasser fallen. Sonst würde es hier nicht so grün sein. Warum kann ich das hier nicht aufbauen? Ich verstehe das nicht. Was ist denn jetzt... Der will immer schräg bauen. Ich hoffe so schräg zu sein. So. Hier. Und da ist es. Das Riesending. Der ist momentan natürlich noch leer. Wo ist der Zapfhahn? Ach, hier ist der Zapfhahn. So. Aber wenn sich hier Wasser füllen sollte, können wir hier raus immer Wasser schöpfen. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt hier das Riesending so, mitten in den Palmen. Vielleicht mache ich hier mehrere Zelte. Wenn ich genug habe. Aber wir bauen jetzt erstmal weiter. Wir sind noch lange nicht fertig. Und ich habe mir auch überlegt, ob wir ein richtiges Dach bauen. Kann man nämlich auch machen. So Spitzdächer. Aber dann müssen wir erstmal richtig planen, dass wir das so hinkriegen. Halt hier. Aber falsches... Inventar. Oh, da haben wir auch schon 1000. Okay. Hier haben wir Essen. Hier haben wir das drinnen. So langsam wird es. Oh. Da haben wir auch schon wieder viel zu viel. So langsam wird es. Okay, warte mal. Bevor wir aber das ganze Holz schon wieder verschwinden, gucke ich mal, was wir noch bauen können. Was wir vielleicht brauchen. Einen weiteren Schrank brauchen wir nicht. Eine Ladentheke hatten wir noch. Betonbarrikaden. Oh, hier. Maschendrahtzäune. Vielleicht könnten wir sowas als Mauer nehmen. Und da ist die Dachluke. Da brauchen wir eine Zahnräder und eine Holzleiter. Haben wir alles da, können wir herstellen. Aber das machen wir am Ende, wenn ich soweit bin. Momentan ist es ja noch nicht so, wie ich es haben möchte. So. Da brauchen wir eine Plane. Das stellen wir noch her. Das stellen wir noch her. Für die letzte Plane. Mich interessiert das Teil schon ein bisschen, was das macht. Lange dauert das? 30 Sekunden. Die können wir warten. Denn ich habe mir gedacht, ich baue hier nämlich was an. Quasi. So, dann brauche ich nämlich hier nochmal einen Boden. Ah, da muss noch eine Ebene drunter. Warte mal, da muss ich rausgehen. Sonst falle ich runter. So, weil der ist mich hoch genug. Oh. Jetzt habe ich einfach das Ding geschlossen. Einfach geschlossen. Hätte nämlich gedacht, hier so. Wurde da. Und dann den Turm. Ne, hier so. Als Geheimraum. So, dann machen wir hier noch Wände. Halt, die Wände müssen wir von da drinnen machen aus. Da denkt man sich natürlich, wie kommen wir jetzt da ran. Das ist kein Problem, weil wir werden nämlich da noch eine Luke bauen. Dann wird da so ein quasi so ein kleiner Geheimraum. Den sieht man natürlich von außen nicht. Nur die Leute, die das Haus kennen. Achso, sie dürfen da bloß nicht reinfallen. Wobei die leichter zu kaputt machen sind, als die anderen. So. Da brauchen wir nämlich hier so einen Bodenrahmen. Den können wir hier so dran setzen. Und jetzt können wir hier Sachen einbauen. Da können wir nämlich die Luke dann reinsetzen. Eine Wand. Und noch eine Wand. Noch eine Wand. Und noch eine Wand. Die nächste Treppe müsste dann... Halt. Besser wäre es in eine andere Richtung. Ich komme dann hier hoch. Und hier wird ja dann der Geheimraum. Machen wir so. Und so. Okay. Dann muss ich ja hier drum rum gehen. Und dann ist hier die nächste Treppe. Halt, der geht... Ne, das Zoo ist blöd. So wäre noch in Ordnung. So wäre noch in Ordnung. So, dann kann ich hier wieder ein Fenster hinbauen. Ich glaube, ich mache hier so eine Art Balkon, oder? Dann wird das hier zugemacht. Das wäre auch nicht schlecht. Das können wir auch machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020